Wie beendet man Mobbing? Schritt 1 Die betroffene Person ansprechen und ihr zeigen, dass sie wertvoll ist. Also mit ihr spielen, reden und ihr Mut machen. Wenn das nicht reicht, kommt Schritt 2. Die Zuschauer auf die Seite der betroffenen Person holen und sich nun gegen die Täter oder Täterinnen stellen. Wenn das nicht hilft, kommt Schritt 3. Die Mitläufer versuchen umzustimmen, also das gleiche wie mit den Zuschauern machen. Wenn denn auch das nicht klappt, lasst euch helfen mit Schritt 4. Erwachsene Personen einschalten, also Eltern, Lehrer oder Bekannte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017